hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger diesmal ein etwas anderes special von mir und zwar seht ihr wie ich mich in meinem klassen editor befinde und dieses commentary muss ich direkt das mal vorab sagen ist ein live commentary das heißt alle versprecher sind heute von mir so gewollt und die dürft ihr gerne behalten so auf mein barfdech da oben seht ihr es auch stehen special gab es einige leute die geschrieben haben du spielst ja mit der g18 akimbo was für eine noobwaffe so darauf muss ich erstmal sagen das ist mir bei einem abonnenten von mir aufgefallen dem ich es geschrieben habe ich habe auf ganz youtube noch kein einziges video gesehen außer einer montage wo jemand ja fast ein wurfmesser only macht das heißt 70 prozent in einem team deathmatch ja mit dem wurfmesser erledigt so ich habe von meinen 19 kills die ich insgesamt hatte 13 leute mit einem wurfmesser getötet man kann jetzt sagen es waren nicht die schönsten kills aber das ist mir auch egal es waren wurfmesser kills bums fertig aus wenn ihr was besseres könnt dann dann macht es bitte und zeigt es uns ich will es gerne sehen so ansonsten ich möchte mal ein bisschen ja meine vorstellungen euch mitteilen und zwar die pp 2000 ist ja eigentlich so eine kleine scar age im handtaschenformat also eigentlich eine totale noobwaffe weil dieser viel zu stark die g18 sieht genauso aus die ist auch total overpowered und gerade bei den pc spielern total verhasst ich muss dazu sagen auf der playstation 3 ist es schwieriger mit dieser waffe vernünftig zu arbeiten ganz anders sieht es bei dem 93 rafika aus auch bei dieser waffe braucht man in meinen augen sehr viel übung um mit ihr erstmal überhaupt vernünftig arbeiten zu können bei der tmp das ist für mich die ganz kleine acr im ja noch kleineren handtaschenformat aber das ist etwas für zielfaule das heißt für die leute die gar keinen bock haben zu ziehen ja dann kommen die schrotflinten die schrotflinten allesamt egal wie sie hier stehen fallen komplett raus weil er mit einer schrotflinte kann ja jeder leute umbringen so handfeuerwaffen ich glaube hier ist der einzige punkt wo ich mich glaube ich ab sofort wenn es nach einigen leuten geht nur noch bewegen darf und zwar am besten in dieser kombination die usp mit einem schalldämpfer weil die waffe ist wirklich so gesehen schwach und ich glaube dass das einzige was die leute sehen wollen die 44er magnum die ist viel zu stark die m9 die schießt ja sowas von dermaßen schnell okay das hat regel darf ich auch nun darf ich auch noch nehmen schade dass für die deshalb die ge keinen schalldämpfer gibt man nebenbei ihr merkt ich bin wirklich ein bisschen angepisst warum ja ich versuche waffen klassen zu erstellen wie es auch hier seht die gut miteinander harmonieren mit denen man zusammen arbeiten kann ich habe zum beispiel hier kombiniert die stinger rakete mit eiskalt was ich sehr wichtig finde einfach wenn jetzt ein feindlicher kampfußschrauber draußen ist dass ich ihn runter hauen kann das ist meine kombination dann habe ich die aug h bar mit der schnell rauszuziehen den g18 finde ich auch eine gute kombi so 21 mit vollmantel geschossen wird ergänzt von der m 93 rafika weil da habe ich noch ein bisschen mehr feuerpower und gerade auf kurze distanzen ja bin ich da schon ziemlich dankbar drin zumal ich auch noch hardliner in dieser klasse dabei habe so bei jute laune habe ich die m16 einfach nur nackig und mit der m16 im nackten modus ist es sehr schwer gegner ohne ruhige hand im direkten 1 gegen 1 auf kurze distanz zu erlegen und dafür habe ich die m4 dabei ja es ist eine schrotflinte so und genauso war es hier auch in meiner baftisch klasse ich habe mir überlegt welches von diesen sekundär dingern kann ich mir am besten einpacken und habe mich für die g18 akimbo entschieden warum ich finde die g18 ist eine starke waffe gar keine frage aber trotzdem ich will ja schauen dass ich meine leute erlege egal wie und dieses ganze ja die waffe ist overpowered und tralala ganz ehrlich ich benutze so gut wie gar nicht die ump 45 außer in einem video auf salvage warum mache ich es ganz einfach aus dem grunde weil sonst alle leute ankommen die ump ist viel zu stark und tralala leute es gibt so viele andere faktoren es kommt darauf an ob man einen guten ping hat was nützt es mir wenn ich einen scheiß ping habe aber der geilste typ auf erden bin dann kriege ich nichts mit der ump zusammen das ist ziemlich schade so dazu kommt noch ja meine maus densitivität oder meine controller sensibilität wenn ich jetzt mit der ump auf stärke 1 spiele kann ich mit der ump so gut wie nichts anfangen ist die waffe dann overpowered natürlich ist sie overpowered weil wenn dann so und ja die p90 sie hat zu viel schuss die vektor schießt zu schnell die mp5 alles zusammen die mini uzi okay die können wir noch nehmen aber mit einem schalldämpfer bitte ihr merkt egal bei welcher waffe außer ich sag mal hier bei mg 4 m 240 der mini uzi und der f2000 gibt es bei jeder waffe das geheule die waffe ist overpowered und ich wollte einfach nur jetzt mal ein bisschen meinen frust raus lassen ich werde mir jetzt auch während dieses live kommentarys mal eine rauchen weil ich muss ganz ehrlich sagen leute es ist doch scheißegal was die waffe für wert hat hauptsache der typ fällt um wenn die waffe so overpowered wäre hätten sie alle dabei und auf der playstation ist es nicht der fall so das heißt ich zeige euch jetzt einfach mal und da habe ich jetzt gerade tierisch bock drauf was die leute als waffen verwenden das heißt wir gehen jetzt einfach in ein ganz normales bodenangriff match und werden uns jetzt hier verbinden lassen ich werde einfach sinnlos rum rennen in meinen tod hier herrschaft of quarry ich werde jetzt in meinen tod rennen und wir schauen die ganze zeit mal was die leute für waffen nutzen ich werde jetzt die barstisch klasse nehmen ganz einfach darum weil ich da ja die möglichkeit habe schnell zum gegner zu laufen so hier kommen schon die ersten jungs wieder geflogen was ich natürlich sehr geil finde und ich glaube jetzt mal direkt nach c weil da sind gegner so hier der typ steht schon mal geil mit dem thumper da was dann naja nichtsdestotrotz so hier schauen wir mal ohne schroflinte naja so was hat der dabei ja die ump total overpowered das teil so also muss ich jetzt wieder hochlaufen wenn wir bravo gesichert haben also das erste live kommentarium was macht der da hallo bleibt mal stehen wir wissen was für eine waffe dabei hier war mein ami schon am an so und schaut euch an was der typ hat ja granatwerfer auf der acr so das ist für mich eine overpowered waffe der granatwerfer weil der wirklich unrealistisch viel weg ranzt so da was hat mir hier sniper gewährt thermal wie sie auch sehr gerne und auch noch hier so eine quick scoper methode naja wir laufen einfach mal weiter schauen wir mal was als nächstes kommt während der typ da gediegen runterfällt was hast du dabei die pp 2000 es geht gar nicht das ist finde ich auch eine coole kombination mal nebenbei die m16 mit einer pp 2000 zu kombinieren finde ich sehr nice so ich renne jetzt noch mal andersrum weil da drüben war der pp 2000 heini so hier auch geil super wir spielen herrschaft du deb so dass das sind leute über die rege ich mich auf da kann der waffe noch so overpowered sein über so ein spacko der da oben dumm rum kämpft das sind leute die mich an trotz so kommen hier zehn davon und kommen die tubes geballert das sind die overpowered machen ein manami direkte gefahr und kommando so sieht die richtige perfekte assi klasse aus ja ihr merkt schon hier der typ der steht hier auch schon seit einer viertelstunde so ich renne jetzt einfach mal hoch und gucken wir mal was hier ist rpd total overpower also geht es wieder weiter so das video wird jetzt noch ich denke mal eine minute dauern also für die leute die keinen bock mehr haben auf meinen style jetzt ihr könnt gehen so ich bin jetzt einfach mal hier doof rum so war's kommando natürlich war's kommando warum auch nicht kommando ist doch so ein ein schönes geiles berg ich muss mal meine zigarette ziehen doch ja so sieht es bei mir im spiel aus ich hoffe aber und da die 1887 hat man auch lange mehr so damit ihr mal einen kleinen einblick bekommt was die leute hier da ist auch ein kollege das ist hier mein g18 fritti wenn euch mal damit vernünftig umgehen kann und unten seht ihr h21 also nur die ganzen overpowered machen hey leute das spiel ist nun mal so da ist die g18 und ich will versuchen meine gegner zu töten also nehme ich die für mich besten waffen mit das ist genauso ihr wird am schnellsten von von münchen nach meerbusch ja was macht ihr ihr nehmt also den besten wagen den ihr zur verfügung gestellt kriegt hier so 21 so und habt ihr mal was gemerkt die meisten leute haben hier kommando dabei ich bin mal einfach an dem vorbei auch kommando dabei phänomenal so das ist ein perk und der granatpfeffer die kotzen mich an was hast du dabei was hast du dabei kommando so wahnsinn macht es so spaß zu spielen wenn man sagt das ist eine overpowered waffen wenn die ganzen leute da die die hardcore perks nehmen überhaupt nicht und der auch wieder kommando naja ich hoffe es hat euch gefallen es war mal ein kurzer einblick in meine wutausbrüche jetzt bekommen wir noch einen anruf hier den drücken erst mal weg so und ganz ehrlich leute bitte hört auf darüber zu labern ob die waffe overpowered ist oder nicht es kommen so viele faktoren hinzu und dafür fange ich an mit dem faktor ping das ist für mich der allerwichtigste faktor deshalb ist mein nattyp auch offen so meine einige leute haben mir gesagt sie kommen bei mir nicht in der lobby rein schaut mal eure nattyp nach wenn da mittel oder strikt ist googelt mal ein bisschen welche ports und wie ihr die ports auf eurem router freischalten könnt so ansonsten kommt es mich für mich darauf an und ich zeige euch jetzt auch gerne was hier drin steht wenn ich auf 10 spiele ich bin aber ein spieler der auf fünf am besten klar kommt da mache ich mit der ump keinen einzigen abschluss spiele ich auf 1 ist es genau das gleiche das heißt ich muss für mich hier schon mal den besten wert finden und eigentlich ist das doch schieten oder weil ich nutze ja etwas aus so wo ich schon mal hier bin ein kleiner tipp am rande ihr seht hier die ränder sind sehr weit auseinander normalerweise wäre mein bild so wenn ihr die aber zurücksetzt habt ihr den vorteil ihr seht einfach viel mehr von eurem spielfeld und ja dass ein kleiner tipp am rande genauso natürlich die helligkeit ihr seht oben nicht sichtbar ich werde dieses video auch nicht bearbeiten deshalb ihr seht oben das nicht sichtbar ist gut sichtbar warum einfach damit ich die gegner in den hintersten ecken sehen kann also bin ich ein totaler cheater und ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen hier diese tipps kann ich euch nur empfehlen stellt ihr auf die niedrigste stufe und ihr seht einfach mehr von eurem bildschirm bearbeitet eure nattypen und ihr werdet automatisch erfolgreicher sein wenn ihr weiter auch an meine tipps arbeitet die ich euch nenne weil einfach mit einem vernünftigen ping schaut euch asiali an asiali wäre nie so erfolgreich wenn er nicht eine super internetverbindung her zaubern könnte weil wir der typen scheiß ping hat ist das spiel gegessen wenn ihr mir nicht glaubt ihr könnt ihn gerne fragen schreibt ihm eine nachricht fragt ihn hey ist der ping für dich wichtig und ihr werdet zurückbekommen auf jeden fall so das war jetzt mal mein ja noob waffen special so werde ich glaube ich nennen ich weiß es noch nicht mein erstes live commentary so höre ich mich an wenn ich ziemlich angepisst bin und ja ich verbleibe wie immer mit einem gut schuss euer commander krieger und ich schaue jetzt noch mal eben kurz auf meine abstimmung und zwar hat die entschieden dass als nächstes video das m4 a1 kommen wird das wird denke ich mal morgen der fall sein ich versuche dieses video nur zum zwischenstand wir haben es jetzt 17 uhr 18 noch heute am montag hoch zu laden so also gut schuss euer commander krieger und bitte lasst es sein irgendwelche waffen als overpowered oder noob waffen hinzustellen ja ansonsten spielt doch selber mit diesen waffen dann seid ihr die besten spieler und habt die beste kd und zeigt mir das erstmal in diesem sinne gut schuss euer commander krieger